Livestream wird gestartet. Ah, jetzt bin ich leer. Hallo, liebe Kinder! Hallo, liebe Kinder! Ich f- nein. Ähm, äh, hello. What the fuck? Was denn? Ich war schon wieder total in Dings-Stimmung. Hier, du weißt schon was ich meine. Ähm, Analysen. Wir spielen eine Runde Minecraft. Falls ihr nicht wisst, was Minecraft ist, wir zeigen es euch. Ich muss nur in OBS noch Minecraft aktivieren. Und wenn ich das geschafft habe, Eigenschaften. Äh, bist du schon auf... Äh, ne, bin ich noch nicht. Das kommt noch. Erstmal brauche ich Bild vom... Ich muss Minecraft erst mal starten. Da ist Minecraft. Darf ich vorstellen? Das ist Minecraft. Wir haben sogar schon zwei Zuschauer. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß im Stream. Wenn ihr das in Glauben gehabt und Citoxian habt, ja. Citoxian ist übrigens der Server hier unten. Ähm, wo ist er denn? Da, das hier, ne. Dann könnt ihr gerne auf Citoxian.de dazukommen. Wir spielen jetzt gleich eine Runde Mario Party. Und, äh... Die Leute hier auf Platz 1 sind so Leute, die spielen einfach jeden Tag Minecraft Mario Party. Ja, es gibt Spiele, weiß ich, jetzt schon. Ich bin in der Runde raus, ne. Äh, da geht's alleine da los, wo du runterspringen musst. Weißt du was ich meine? Ähm. Und du darfst nirgendwo gegen kommen. Ja, 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 ja. Da bin ich schon raus. Bist du drauf? Ähm, nein, ich bin noch nicht drauf. Komm drauf. Aber ich bin, ja, ich muss noch kurz den Twitch-Chat suchen. Wo ist er denn? Twitch, 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 Twitch. Uff. Uff. Na, wo ist denn der Twitch-Chat? Na, da ist er! Ne, ist er nicht. Hä, wo ist er denn? Ich hab vergessen, ach, da ist Twitch. Oh Mann. Und wo ist der Chat? Hier ist der Chat. Pop-out. Was kommt denn da in diese Ecke? Oh, die haben das Overlay von Twitch so schön gemacht, ja. Hallo Leute, willkommen im Stream. Hallo Leute, willkommen im Stream von Pia. Ja, wie heißt der Minecraft-Server? Syntoxian? Syntoxian. 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 Mein Name. Syntoxian. Ich weiß es gar nicht, ähm... Ich hab ein kleines technisches Problem, ich glaube. Ähm. Von wo? Ich hab ein technisches Problem. Wir sehen uns gleich wieder. Ühm. Bis zum nächsten Mal. War schön mit euch. Ah nein, was ist los? Und die kann ich rein? Nein, ich habe mich ausgelockt. Ich bin gleich wieder da. Weißt du, welchen Fehler ich gemacht habe? Ich habe jetzt startet er. Ich habe noch meinen Sound auf dem Fernseher gehabt und nicht im Spiel. Und nur wenn der Sound auf den Kopfhörern ist, habe ich halt den Sound auch im Livestream. Ja, jetzt ist es richtig. So, Sitoxion. Ich müsste doch deine Gruppe sein, oder? Was für ein Texture Pack hast du? Von Minecraft. Ich habe das normale Minecraft. Texture Pack von BC. Warte, ich kann es euch gerade mal zeigen. Das hier. Von letztem Jahr. Das fand ich halt einfach schön und ich wollte es jetzt nicht hier raus tun. Weil ich gerade eben noch auf Minecraft gespielt habe. Für den Kurzfilm. Haben wir da noch ein bisschen was gemacht. Ich und ein paar andere. Was sind das eigentlich für Kugeln auf dem Weihnachtsbaum? Wo? Du bist wieder drin, ne? Ja, ich bin wieder da. Ey, die haben hier wirklich versucht, Kerzen und Kugeln nachzubauen. Irgendweit. Ich glaube, ich müsste auch in deiner Gruppe drin sein. Ne, das warst du mir nur dazu. Oh. Gut. Äh, Browserfestung, Gartenlaube, Toad Town, Schatzinsel, Wir können ja alles, wir können ja alles einmal durchgehen, wa? Ich würde sagen, Schatzinsel. Es fehlt noch ein bisschen Hintergrundmusik. Dafür sagen wir auch noch. Der Server, äh, hier an der Seite steht. Wann mal. Ich bin Peach. Ich bin immer Peach. Ja, hier an der Seite, da. Da steht's. Schatzinsel.de So. Olli, bist du drin? Ja, ja, ja. Ich muss mir noch einen Charakter aussuchen. Ich bin Peach. Ich bin Shy Guy. In grün. Oh, hat nicht funktioniert. Sag mal. Doch, hat funktioniert. Ich bin Dr. Mario. Ach ne, das ist nur für Premium-Mitglieder. Was ist das für ein Scheiß? Das ist echt. Wir haben ja noch Zeit, wa? Ich bin Luigi. So. Oh, ich wollte Dr. Mario sein. Passt zu dir. Ah, ich bin runtergefallen. Schatzinsel. Schatzinsel. mitzufunden, ja. Schatzinsel. Du wirst gleich teleportiert. Bäh. Los geht's. Oh, ich würfel eine, zwei. Drei. Drei. Ich glaube, drei. Ich bin weiter als du. Wo bist du? Ich seh dich nicht, Olli. Ich glaube, ich kann dich da ganz hinten sehen. Olli, bist du nass? Olli, ich seh dich! Hi! 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 Okay. Ah, das, das ist das, dich. Nein, ist das, das mit den, ähm... Der Boden löst sich auf. Oh, nee! Hallo, Alex! Willkommen im Stream. Oh, nee, das ist das mit dem Bögen. Ich bin tot. Ja, ich schieß niemanden ab. Ich versuche nur, am Leben zu bleiben. Nöööö. Nein, ich bin runtergefallen. Wirklich? Ja, ich bin raus. Du auch? Ja, ich bin schon lange raus. Hm, oh, Mario Party. Ich spiele so wie mit jeden Tag. Ach, du Scheiße. Ja, ich spiele jetzt schon seit wieder, seit Jahren gefühlt wieder Mario Party. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Mario Party letztes Jahr irgendwann gespielt. Ich weiß nicht. Können wir warten. Wir sind ziemlich schnell raus gewesen. Wenn ich das so vergleiche mit, 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 ähm... Wie heißt da? Mit Paluten oder so, ne? Wir machen meistens mal den Ersten. Das ist halt echt so. Die spielen auch gefühlt jeden Tag. Also früher haben die gefühlt jeden Tag Mario Party gefühlt. Ja, da hat die wirklich so... Eigentlich war jeder Stream oder... Jedes Video. Jedes Video. Vereintet. Hallo, Amelie. Willkommen zu spielen. Hallo, Amelie. Willkommen. Wir spielen nicht jeden Tag. Paluten und Gemnets Play. Wir haben gerade über Paluten und Gemnets Play geredet. Die machen ja immer so den ersten, zweiten Platz. Ja, ich bin auch total, wenn es jetzt um Pfeil und Bogen geht, ne? Ich bin die Niete überhaupt. Das Ding ist lange Zeit, was halt wirklich so... ...dass Minecraft... ...so ein No-Go war in der Community und generell überall. Die waren, glaube ich, Platz 1 bei den Rewind-Dingern, ne? Bei den Reit-Dingern ja immer. Äh, ne, Rewind, das war's jetzt hier. Was hast du gewusst denn? Achso, hä? Ne 2. Du? Auch ne 2. Amelie, ich sehe dich! Warte. Hi! Wir bleiben immer einander hier. Ich weiß nicht, wie das hier geht und... ...grad kein Bock, dass er auch neben ihm fällt. Ach, das geht eigentlich. Es will jemand genau vor mir starten, lasse ich den erstmal durch. Ups! Ups! Maaan! Ich trampe gar nicht rauf! Und ich bin tot. Geil. Du kannst hier... Du kannst hier nicht sterben. Geil, nochmal. Jetzt laufe... Jetzt mache ich den langen Weg hier. Oh, mein Gott, Alter. Ups! Nein, ich bin wieder am Anfang! Ich werde die ganze Zeit so... Ah, hier ist es... Ich habe eine Ecke gefunden, wo es ganz leicht ist. Ich auch. Und ich bin wieder am Anfang. Ja, ich... Also eigentlich ganz leicht, aber nicht für einen Olli. Ich bin gerade neunter lautstattisch. Oh, nee, oder? Ja, geil. Ey, jetzt schaffe ich es ganz schnell! Jetzt schaffe ich es ganz schnell! Ich bin gleich vorne! Ich bin gleich vorne! Wie, dein Stream ist offline? Hallo, OPS? Machst du mal wieder? Ich habe eine Eins gewürfelt. Eine Sechs. Wieso ist dein Stream offline? Jetzt ist er wieder online. Welche Server-IP? Steht da? Genau. Rechts über Platzierung steht Cetoxian.de. Ja. Wettrennen. Das ist geil. Da bin ich... Oh, nee. Oh, nee. Da bin ich voll schlecht. Nee, da bin ich richtig gut. Aber eigentlich mit Pferd. Mit Pferd bin ich eigentlich am besten. Ihr Pferd, da kennen wir uns aus. Ja, wir haben... Es ist Ur-Erfahrung. Ich bin ganz vorne! Ich bin Platz 1! Ich nicht. Ich war Platz 1! Ich habe das Gefühl, ich bin voll langsam. Ja, ich auch. Die sind alle vor mir. Ich weiß nicht, was die machen, dass die so schnell sind. Oh, nö! Ich bin runtergefallen! Hallo, Clorax, nett. Willkommen im Stream. Und ganz auch, ich lese gleich die Nachrichten. Mal... Irgendwas stimmt mit meinem Chat nicht. Ich weiß... Falls jemand geschrieben haben sollte, ich lese gleich. No, no. Ups, da hätte ich jetzt nicht rübergehen sollen. Ich bin runtergefallen. Ich bin gerade total langsam unterwegs. Jetzt geht's wieder schneller. Ich bin Platz C 11. Da bist du besser als ich, glaube ich. Ich bin Platz 12. Ach, du bist genau vor mir! Nee, das bist du gar nicht. Bist du wirklich Platz 11? Ja. Du bist Platz 13. Ach ja. Hupen, wir haben heute eröffnet. Magst du vielleicht vorbeischauen? Und Werbung geht hier gar nicht. Sorry. Schau gerne vorbei. Ich hab ne 4. Und Abo gegen Abo und so. Nein, Quatsch. Welches Feld bist du? Ich bin gar keins. Du bist vielleicht 12, du bist zwei Felder vor mir. Ich bin gar kein Feld. Warum fragst du, wenn du es weißt? Bitte nicht Lasertag. Ich bin der erste, der raus ist. Wir sind zu viele Leute. Eine Kid kann krachen. So, ich hab den ersten Kill. Ich bin raus. Den hab ich. Na los, kommt her. Ja, es geht weiter dann. Vielleicht hat schon wieder jemand getroffen. Ich bin besser als in Fortnite hier. Oh, nicht mehr so. Ich hab dich grad getroffen. Ich hab dich grad übrigens grad rausfotiert. Hier nennt sich jemand Wortklapp-Poppers. Ernsthaft? Du, das ging bei mir, glaub ich, wieder keine Benachrichtigung raus. Ich hab durchgehend null Zuschauer. Ich hab wohl einen Zuschauer. Das ist, seit, seit, seitdem die das neu gemacht haben, ne? Ist das total dumm. Und ich bin raus. Ja, das ist halt echt blöd. Hallo, Oli. Oh nein! Das warst du, glaub ich. Ja! Rekord. Ich hab einen persönlichen Rekord. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden niemals auf den Platz 3, 2 oder 1 kommen. Jetzt vielleicht nicht. Ich hab ne 5! Ich hab ne 4. Sind wir grad auf dem gleichen Platz? Ich bin mit Lutz auf einem Platz. Oh, es kommen noch drei Verte nach vorne. Auf welchem Feld bist du derzeit? Feld 15. Nicht 19. Minengefecht. Miene kennen wir doch schon, ne? Nein, 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 nein. Das ist was anderes. Ja, ich weiß. Ich bleib einfach da stehen, wo ich bin. Ich lass die anderen alle sterben. Ach, bin ich dumm. Stöp, stöp. Ich bin raus. Der hat mich platt gemacht. Oh, da nennt sich jemand Aufpacksemmel. Ey, die Namen, oder? Björn Höcke, da hat jemand seinen richtigen Namen genutzt. Jemand heißt Aufpacksemmel. Hier nennt sich jemand Pappyschild. Lustig. Ach, nee, ich bin raus. Und ich hatte ein Eisenschwert gehabt. Komm. Hallo. Du bist auch schon raus, ne? Ja, ich bin schon lange raus. Okay, ich schau mir bei der Wodka Pommes zu. Oh nein, Wodka Pommes. Ich guck bei Aufpacksemmel zu. Wodka Pommes ist ausgeschieden. Wodka Pommes ist cool. Ja, Wodka Pommes ist frei, ey. Oh, das ist halt hier. Die haben alle ganz viel TNT. Oh, wir haben wieder einen Zuschauer dazu bekommen. Wir haben jetzt zwei Zuschauer. Für meine Zuschauer ist das auch die falsche Uhrzeit. Ich weiß gar nicht, warum bei dir überhaupt welche da sind. Weil so 18 Uhr rum, ja. Das ist da irgendwie, wo keiner da ist. Hatten wir 19.30 gestartet, ne? Da wäre es die Zeit gewesen. Ja, jetzt schreibt halt auch keiner mehr in den Chat. Aber die haben mich ja wahrscheinlich alle so geguckt. Wer so Livestream. Dann haben sie mich gesehen. Sind kurz reingegangen. Haben kurz Hallo geschrieben. Jetzt antworten. Oh, die haben gesehen. Oh, was weiblich ist. Ich will Brüste sehen. Okay, sind keine da. Ich bin wieder weg. Weil du hast ja sicherlich ohne Kamera, oder? Ohne. Ja, siehst du. Ich müsste mir einen weiblichen Namen geben. Eine 6. Eine 2. Welches Feld bist du? Ich bin Feld 21. Ich auch. Hallo. 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 Ich habe dich vermisst. Ich habe dich vermisst. Ich bin wieder zu sehen. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal. Ne, mein Zoom ist wieder offline. Es wird gespielt. Reisen nach Jura... Ah, das ist... Da bin ich in der ersten Runde raus. Mein Stimme ist wieder offline. Geil. Jetzt ist er wieder online. Ich glaube, deswegen sind die alle nicht mehr da. Das sind ja ganz aktuelle Songs hier. Das sieht Kämel doch. Ah, da war... Da war eine Lure. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Ah, ich bin drinnen. Ich bin raus. Wo ist denn hier noch eine Lure? Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ja. Ich bin raus. Nee, das ist gar nicht Wodka-Pommes. Das ist Wodka-Pommes ausgetübt. Wodka-Pommes ist noch drin, da sind ja viele Leute drin. Das ist auch drin. Das kenne ich. Ah, Wodka-Pommes, nein! Oh, nee, Wodka-Pommes. Wer gewinnt? Vanessa oder Lutz? Ich hoffe, Vanessa. Frauen an die Macht, Lutz hat gewonnen. Ich hätt's Vanessa gegönnt. Was hast du gewürfelt? Ah, Vanessa war eben grad hier. Es hat sich aufgelöst. Ich seh keine Pia mehr. Ich hör auf zu streamen. Warum? Aber du kannst weiter... Ja, mein Stream geht die ganze Zeit offline. Macht gar keinen Spaß, wenn da die ganze Zeit offline geht. Äh, wenn ein OBS... Bei mir ist OBS gerade im roten Bereich, aber ich bin trotzdem live. Ja, bei mir steht halt Null, weißt du? Bei mir auch. Jetzt geht's wieder. Oh nein, heiße Kartoffel. Ich bin hier weg. Aber ich bin trotzdem live. Nein, 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 ich bin heiße Kartoffel. Äh, manchmal ist nur die Anzeige in OBS falsch. Ach. Pass auf. Oli, da schaust du. Wo bist du? Ich bin ausgeschieden. Ich hatte die doch gar nicht, oder? Doch, du hattest sie. Shit. Ich hab's nicht gescheckt, dass ich sie hatte. Ja, wenn unten... ...wegen Kartoffeln sind, dann bist du noch heiße Kartoffeln. Und es steht noch einmal im Chat. Fabi, hi! Hello and so. Oh, ist der Ende. Naja. Wenn's Ouri, das geht nur einmal. Das hast du ja gerade eben schon einmal gemacht. Ich bin zwei. Ich auch. Welcher Platz bist du? Läuft bei dir sogar ganz gut, die Stream Ja, obwohl Ich derzeit Im negativen Bereich bin Ich bin Feld 25 26, ich bin eins Vor dir Wo bist du? Dungein Oh ne Das ist doch Dieses blöde Spiel, wo man die Leute 5 plus 6 4 plus 4 Wen interessiert Ich krieg mich einfach Oh ne Ich hasse Gun Game Ich auch, ich hoffe auch, dass es schnell vorbei ist Du stirbst, du stirbst, du willst sterben Du willst sterben, du willst sterben, ich bin raus Es geht ja danach bald, ne? Ach ja, sie ist schön Hallo, Vanessa, ich war vorhin noch ein Fan von dir Hallo, wirst du sterben, 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 wirst sterben, wirst du sterben, wirst sterben, wirst du sterben, wirst du sterben, wirst sterben, wirst du sterben, wirst Wir haben ein kleines Problem und so mit den Informationen. Es sind schon... Obwohl, nee, wir müssen hier raus. Guck mal, der Server stoppt in 30 Sekunden. Das ist nicht so wie bei Hypixel, dass ihr automatisch in der nächsten Runde bist. Geh mal raus. Guck, ich bin immer noch Peach. Hot Town. Und wo hörst du denn bitte SSO-Musik? Ich hör keine SSO-Musik. Schon das nächste gestartet? Nee. Ja, doch. Dann bin ich aber nicht drin. Hä? Ich stehe immer noch hier am Anfang. Jetzt bin ich da, hallo. Ja, vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht aus dem Dings raus. Einhorn-Keks ist mit in der Runde. Einhorn-Keks? Bitte nicht eins. Kam gerade einmal bei heiße Kartoffeln. Was kam bei heiße Kartoffeln? Keine Ahnung. Wer bist du? Ich habe eine 5 gewürfelt. Eine 1. Ja, beginnt gleich richtig gut für mich. Hallo Sarrius, wer bist du? Hallo Trick 360 Mitte. Ich bin ein Mädchen. Heiße Kartoffeln, da ist es doch schon! Fabi kann in die Zukunft sehen, die wusste, dass der heiße Kartoffel rankommt. Mann, ich bekomme das immer wieder! Ich bin schon raus. Ich bin nicht als Kartoffeln nicht los geworden. Ich bin ein Trainer. Was? Olli, Nora und ich haben ein Bauprojekt in Minecraft angefangen und wollten fragen, ob wenn wir fertig sind, du es bewerten kannst. Wenn ihr mit Kritik leben könnt, ja, das wird ein hartes Urteil dann. Ich finde es gut, dass Pia auch schon raus ist. Oh Mann, Alter, ich war endlich mal so weit, dass ich ein paar Runden mitgemacht hatte. Und dann bekomme ich diese scheiß heiße Kartoffel. Und ich hatte, glaube ich, zwei Verlängerungen oder so. War egal. Ich habe das Spiel heiße Kartoffeln schon immer gehasst. Und seit wann gehen Kartoffeln irgendwann hoch? Oh, es läuft gerade, say goodbye! Time to say goodbye! Und so. Okay. Ich kann nicht singen. Stell' mal vor, wenn du hier so reinfällst, ne? Stell' mal vor, du würdest dann einen Schaden bekommen und sterben. Du wirst drei Pfeilers zurückgesetzt. Nein! Auf welchem Feld bist du? Pia? Ampelrennen. Auf welchem Rennen bist du, Pia? Äh, welchem Rennen sag ich schon. Welches Feld? Sieben. Du bist zwei weiter als ich. Ja, hab schon gesehen. Gое on. Gänge Ski. Gänge Ski. Gänge Ski. Gänge Ski. Tang Run Rebo Rent Did I On Rad faces Einem Is Outrobie gegeben. Gänge Ski. Ah, Platz 4. Platz 9. Na, eins hab ich gewürfelt. Ich hab nur 5 gewürfelt. Buntes Chaos. Buntes Chaos? Hatten wir heute noch nicht. Oh nein. Immer auf die Flächen, die angezeigt werden, ne? Mhm. Ja. Schon raus? Scheiße, ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Ich bin raus. Ich bin raus. Da nennt sich jemand bitte nicht. Mikros, ne? Ja, bin sorry. Irgendwie funktioniert das halt nicht mit dem Stream. Irgendwie sagt er erst, ne, lass mal. Ähm, ich kann nochmal probieren. Einstellungen. Ausgaben. Ich mach mal auf. 4.000. Vielleicht funktioniert's ja dann irgendwie besser. Wirdrate, meinst du? Ja. Meine war früher immer auf 2.000. Mhm. Ich hab die extra runtergeschraubt, dass das Streamen nicht select. Okay. Jetzt hab ich meinen Rechner schon auf 6.000 getestet. Äh, auf 5.000. Jetzt hab ich meinst auf 5.000 seit... ... seit, 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 seit... ... ein paar Tagen. Oh, schon wieder ne 1 gewürfelt. Für mich verarscht. Trim. Das bringt heute nichts. Ach, meine. Du hast sicherlich irgendwas verstellt bei der, bei deinen Einstellungen. Du startest schon? Ja. Drei Sekunden. Drei Sekunden. Ich bin halt vollkommen am Ende. Geil. Oh, hallo. Und ich bin raus. Kann einfach kein PvP. Nein, ich bin raus. Ich hab den, glaub ich, noch mit rausgehauen. Nee, hast du nicht. Hast du mich beobachtet, daraus? Ja. Das sah aber so gut aus, weil ich hab noch das TNT gesündet. Das klappt halt nicht mit Stream. Bist du sicher, dass du dann als, als wirklich aufhören möchtest? Ich hab dich grad eben beendet. Wir können ja weiterspielen, du kannst ja weiter streamen, aber irgendwie will mein Internet nicht mehr. Ja. Seit dieser blöde Weihnachtszeit. Und du bist schon draußen. Ja. Das ist aber doof. Ich will, dass du auch streamen kannst. Ich höre nebenbei ein bisschen Spotify. So ganz leise. Meine Lieblingsmusik. Wir können ja nachher mal alle Einstellungen durchgehen. Weil ich hab das Gefühl, dass es bei dir so schlecht ist, seitdem du mal was geändert hast. Du hast gesagt, du hast fast ein OBS geändert, seitdem hast du die Probleme. Hm. Nee, ich hab nie was mit dem OBS geändert. Also hast du das jetzt noch gesagt zu mir? Mhm. Ich denk eher, dass es an den neuen YouTube-Dingen... Ach nee, es war bei dir auch ein Update. Du hast was für ein Update gesagt. Dass du ein Update hattest und seitdem musstest du OBS wieder neu einstellen. Nee, ich musste nie OBS neu einstellen. Du hast doch was gesagt letztens? Eins. Sechs. Welches Feld bist du? Einstellungen. Ich musste halt... Nee, es liegt halt am Internet, weil die Bitrate die ganze Zeit weggeht. Aber wir können ja trotzdem einmal kurz durchgucken. Oh nee, ich wieder diese nicht. Sofern die Runde vorbei ist, ja? Gehen wir mal kurz... Ich bin ganz vorne. C'mon. Hat denn auch der YouTube-Dings angezeigt, dass die Verbindung schlecht ist? Ja, hat es halt angezeigt Ich schaue da ja nie drauf Achso Ich habe ja mittlerweile jetzt, wo ich drei Monitore habe Mittlerweile, wo ich drei Monitore habe Ich habe ja nur zwei Monitore Hm Du brauchst einen dritten Wann hast du Geburtstag? Im April Ja Ich bin gerade Platz 1 Also Platz 2 eher Ich bin Platz 9 Einem ist so schlecht Oh mein Gott, das klappt halt gerade Auf Platz 1 Dein Ernst? Du verarschst mich gerade Ja, ich bin schon verarscht Oh ja Du bist wirklich auf Platz 1 Pia, ich wünsche dir viel Glück Du schaffst das Ja, Mann Du hast es geschafft Ich bin 1, oh mein Gott Ich bin das erste Mal Platz 1 bei diesem Ding Fabi schreibt gerade, sie hat nur einen Monitor Ich habe eine 1 gewürfelt Oh mein Gott, ich habe eine 6 Und eine 5 Geil Geil, Alter Ich bin die ganze Zeit mit Trick 360 Mitte Immer auf ein Feld Aber du hast keine Beweise, dass du es bist Weil dein Stream ist offline Du kannst dir viel erzählen Obwohl man hat es bei mir auch gesehen, dass du Platz 1 warst Ja Ja Ich bin was mit Pfeil schießen angeht, mich total schlecht, ne? Ich auch Wie viel hast du schon? 9 9 Ich habe 2 Du bist auf Platz 10, ich bin auf Platz 16, 14 Ich muss ein bisschen mehr mit Gefühl Ich bin jetzt auf Platz 7 Ich bin auf Platz 14 Ich habe 40 Punkte Guck mal in meiner Insta-Story, wie ich aussehe Wie du aussiehst Äh, ich schaue gleich Und hi Lucy, wie geht's dir? Zu Lucy hat das geschrieben? Ja Aber Lucy wissen wir doch alle, dass die wunderschön ist Ja, sie ist auch wirklich wunderschön Ja Die wunderschönste Bonserfeld, nein Das wunderschönste Mädel aus Österreich Ihr fehlt auch zurück Come on Du kannst nicht immer Glück haben Du kannst nicht immer Glück haben Dead Cube Da geht's schon los Diese Scheiße hasse ich Oh nein Ich kann gleich hier stehen bleiben Ich komme eh nicht nach oben Ich probiere es Hier sind auch die viele Leute, die spielen Bestimmt jeden Tag Was kann ich gar nicht, was man machen soll Was du machen musst? Ja Du musst versuchen nach ganz oben zu kommen So Welches nehme ich jetzt als nächstes? Das ist der Horror Muss es jetzt abwaschen gehen Jetzt machst du mich neugierig Ich schaue gleich bei Insta Soll ich dem Streamer einblenden, wie du aussiehst? Ich schaue gleich bei Insta Warte mal Meine Teile fallen immer wieder nach unten Weißt du, was ich bis jetzt geschafft habe? Wieder auf der Höhe zu sein, wo ich angefangen habe Ich auch Ich kann ja nicht Das ist doch scheiße Wir wissen, dass das scheiße ist Aber es ist heute irgendwas Besonderes, dass sich so viele schminken Ich hab heute, wo ich einkaufen war in Rewe Da waren auch Leute komplett geschminkt Sie sahen auch so aus wie tot Ich sterbe jetzt freiwillig Ich gehe ab in die Lava Bin ausgeschieden Ich hätte keinen Bock mehr Ich fliege jetzt nach oben Ich glaube, die ist es noch nie geschafft Ah, zwei sind schon ganz oben Hab ich halt jetzt ganz gut dabei Aber Hydra Gamer ist auch fast ganz oben Ich kann ja das halt mal in die In die Story War es die Story von Insta? Ja, Insta-Story Ja, Insta-Story Oh, schade Aber Platz 5 Das freut mich Ich schaue jetzt Los Ich hab eine 5 Bowser fällt Ja, Mann Luciana Lines Sister Oh, die hat sich ganz viel mit AA eingeschmiert Irgendwie sieht das ein bisschen komischer aus Ich bin nicht geschminkt Auch ungeschminkt Bist du hübsch? Ich finde es generell, weil man ungeschminkt ist Es sieht es generell immer viel hübscher aus Oh, Fernerin! Olli, das schaffen wir SSO sind zwar Profi Wir sind da Profi, Serdar Also, komm mal, ich bin auf Platz 1 Ne, jetzt nicht mehr Ach, scheiße, es war das Das Springen ist hier voll komisch Ja? Hä, warum bin ich hier zurückgesetzt worden? Das Springen ist hier halt voll komisch Oh, scheiße, ich werde hier mit der ganze Zeit mal zurückgesetzt Jetzt läuft's Come on Ja Ich hole wieder auf Du bist runtergefallen Nein, ich bin runtergefallen Oh, ich hasse es Die Stelle, wo genau dahinter Wasser kommt, hinter dem Berg Die kannst du nicht schaffen Kannst du selbst auf das, der Berg, kannst du die nicht schaffen Jetzt hab ich's Gut, dass es kein Star-Stable ist Ich warb herchten auf Der eine hat mich mit dem schwarzen Zeug abgeschmiert Mal, wenn's dir gefällt So, Runde 2 Aber ich schaff's nicht mehr Ich hab am Anfang zu verkackt Ich brauch immer erst ein bisschen, bis ich wieder reinkomme, weißt du? Ja, ich auch Einer ist schon auf dem ersten Ich bin runtergefahren, angeblich Okay, das war's Oh Mann Ich muss mal ganz kurz mich um die Musik kümmern Oli, welcher Platz bist du? Ähm, Platz steht nicht, aber ich bin Feld 28 Feld 36 Platz 12 Hi Sabon, das gefällt mir schon wieder Hi Sabon gefällt mir Diese Runde rock ich Hi Anni Du hast voll die Schläge abgekommen Ja, das ist halt Da drauf lässt man sich Ich bin raus Oh, ich bin auch raus Ich wollte grad so springen, wie vorhin bei dem Rennen Und dann bin ich zu spät gesprungen Bei mir kam jemand in die Quere Es sind die ersten beiden hier rausgeflogen Ne, nein, doch nicht Lol Aber Lucy, solange es Spaß gemacht hat, ist ja alles gut, ne? Oh, Freundin von mir, schreibt mir grad Sie hat heute ihr Date Oh Oh, oh Wann hast du denn mal ein Date, Pia? Ich mag keine Dates Ich war noch nie auf richtig, auf einen richtigen Date, weißt du? Weißt du, wie mein Date wäre? Hm? Lass uns zu Maccas gehen Backtrip reicht aus Wir müssen nicht rein Oh, dann schön auf dem Parkplatz Weiße geschillten Burger essen Na gut Aber eine Person zu finden, die einfach mal sagt Hey, machen wir einfach, ja? Das ist wieder das andere Thema So Anni, wie geht's dir denn? Wann hattest du denn ein letztes Date? Oh, nee, Laser Tag Oh Da verliere ich doch direkt wieder Ah, das ist so, so wie man es halt auch richtig Richtig kennt mit Laser Tag, ne? Wo alles so neonfarbig ist Na Na gut, ne? Hallo Hallo, 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 hallo Ich bin auf Platz 5 Und du? Platz 6 Geil Mike, ich schwöre dir Mike, ich schwöre dir So, was geht denn da gerade? Ups Anni, bist du noch da? Ah Wie die mich alle von hinten nehmen Also treffen Oh Ich hab meinen persönlichen Rekord Weil machen wir eigentlich die Aufnahme Mike Wo bist du da? Wo bist du? Ja, kommt drauf an Ob noch Leute sich bewerben Also wir brauchen auf jeden Fall noch Ein paar Rollen zu besetzen Das wären Ja, das war Santa Claus Philipp James Ja, Santa Claus und Philipp Das wären erstmal die wichtigsten Also sagen wir es mal so Zwei Wochen haben wir noch Zeit Also es müsste spätestens Wenn ich dieses Wochenende spätestens Also spätestens Ja, eigentlich schon nächstes Wochenende Sollte es spätestens im Kasten sein Weil dann musste ja noch geschnitten werden Und so weiter Ja Oh, ist schon wieder zu Ende, sehe ich gerade Ernsthaft? Anni geht's gut, das ist schön Oh, ist schon mal gerade Oh mein Gott Anni ist die einzige Schweizerin, die ich mag Von allen Schweizer, die ich so kenne Nächste Woche Und übernächste Woche haben wir noch Zeit zum Drehen Aber wir brauchen unbedingt einen Mann Den Santa Claus und den Philipp 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 kann auch ein Mädchen sein Ho, ho, ho Ich bin alt Das Ding ist, du könntest ja auch den Santa Claus spielen Aber du willst nicht Ja, wir müssen auch Mo die Chance geben Mo hat bis jetzt noch nicht geantwortet Der pennt wahrscheinlich noch Hast du schon wieder in der Karte gestartet? Ja Hä, bist du drin, ne? Ja 5, 4, 3, 2, 1 1, 2 Eigentlich wollte ich mich noch kurz um deinen OBS Vielleicht, dass wir noch mal kurz die Einstellung durchgehen Streamst du noch? Ja Ja Ja, nicht im Stream Warum nicht im Stream? Ist doch scheißegal Nee, machen wir auch sub des Streams Weil es geht ja nur um die Um die Einstellung Und nicht hier Sag mal mal deinen Streaming Schlüssel Ganz langsam Vielleicht liegt der Fehler ja am Streaming Aber dann machen wir jetzt die letzte Runde Und dann kommen wir uns danach mal um dein Dingskommand Oh mein Gott, ja Diesmal will ich es schaffen Diesmal verkack ich es nicht Ich auch nicht Ich bin raus Dir auch? Oh mein Gott Schau mir mal zu Hallo? Ach du siehst mich gar nicht, wa? Wie du dich bückst Du hast mehr Glück als Verstand Die sehen irgendwie fast alle gleich aus wie du Hast du dir schon mal aufgefallen? Die haben fast alle den gleichen Skin Die haben fast alle den gleichen Skin Oh mein Gott Was? Und ich bin raus Ich bin Platz 3 Ich bin Platz 3 Ich hab dich die ganze Zeit beobachtet Oh du bist den Boden verpackt Nein Ich bin Platz 3 Oh mein Gott Nee Platz Du teilst dich dein Platz 3 mit jemand anderem Ja gut Ja Platz 3 Oh 1 Geil Ich auch Und 3 eine 4 Welcher Platz Welcher Platz? Äh 3 Äh 3 Also Ich bin jetzt Feld 3 Achso Platz 9 Oh mein Ich dachte schon Wart mein Herr Never Gut ich mach hier erst gar nicht mit Ich hasse das Hahaha Wir sind weg Könnt ihr ohne mich machen Ich setze mich hier hinten in der Ecke Nee das mach ich nicht Das bekomme ich nicht hin Ich bin zu doof dafür Weil wenn ich einmal runter falle dann falle ich gleich so weit runter dass ich weiß ich wo bin Hm den Sprung hab ich nicht Oh mein Gott Ich hab mich kurz umgebracht Wow Ja Haben aber ganz viele gemacht siehst du das? Ja weil das Spiel auch einfach kacke ist Ja Ich finde das Spiel müsste so sein wer als erster unten ankommt Da wär ich ganz gut Also natürlich du darfst jetzt natürlich nicht so einen hohen Sprung machen weil sonst stirbst du ja weißt du was ich meine? Alter Aber so wer als erster unten ist? Aber nach dieser Mario Party Dings hör ich dann auch erstmal schon mal auf Dann kümmere ich mich noch ein bisschen um Pia Pia geht's nämlich ganz dreckig Pia hat leichte Depressionen Pia geht's um Ach Gott ich tröne jetzt um Im Flugmodus komm ich ganz leicht nach oben Ja ich auch So, Lucy hat jetzt noch mit meinem privaten Account Follower bekommen So Oh mein Gott, Kira und James sind online Was schreib ich grad mal? Können wir eigentlich Teile der ersten Szene Na guck mal, meine Szene ist das zum Beispiel so Da braucht man ja nur mich, theoretisch Aber Ende tust du noch eh die ganzen Sounds zusammenschneiden Dann machst du zuerst einfach nur Dann machst du anfangs einfach nur die ganze Zeit Die Stimmen Und danach machst du das Video mit allen Weil es wird auch noch so gesagt Du musst ja alle Leute zusammen bekommen Ach nee, Minengefecht Ja, ich hab'n platt gemacht Ich hab'n platt gemacht Der ist down Stürb, Stürb Ich bin raus Hast du mich grad getötet? Wahrscheinlich Du hast mich getötet Das warst du Schäm' dich Ich dachte, wir sind Freunde Obwohl ich glaub' Teamen dürfen wir nicht, ne? Teamen darf man nicht Obwohl wir schon Ein sehr gutes Team wären Und ich bin tot Endlich Ich hab'n neuen Rekord Von zwei Kills Verstanden eigentlich Klarsichtfolie ist von Klarsichtfolie ist ausgeschehen Du wurdest vom Papisch halt getötet Steht auch hier Du blöde Kuh Sorry, ich wusste nicht, dass du das warst Da steht doch ein Name drüber Hä? Olli Ja Ich würd jetzt rausgehen Ja, nein Ich dachte, wir machen jetzt die Kunde noch das Ende Nee Ich mach dir noch kurz das Ende Ich muss jetzt nur fragen Ich muss jetzt nur fragen, ob er Ding geben kann Dabei warst du ganz gut Du warst Platz 2, ne? Ich war nicht Platz 2 In der Platzierung standst du gerade auf 2 Von 3 Aber naja So ist das halt Oh, jetzt bin ich mit King 06 08 06 In einem Der letzte, der oben steht, hat gewonnen Das schaffen wir Mama oh ich bin platz eins jetzt wird es jetzt wird es jetzt wird es kritisch jetzt wird es kritisch ich bin nicht rübergekommen ich habe es nicht geschafft das war's ich hätte so gut werden können hi SSO Twins ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Scheiße, ich hab die Kartoffel! Hallo, ich bin hochgegangen! Oh, ich bin Platz 3! Das ist schön! Ja, ich war gerade bei einer Weihnachtsparade und jetzt kommt noch Weihnachtsfeier bei mir zu Hause. Also, ja, das macht doch sicherlich Spaß. Ich finde, das ist noch nicht mal an den Weihnachten. Das alles schon immer so lange weihnachtig sein muss. Ich versuche mal gerade Mo anzurufen, ne? Ich komme gleich wahrscheinlich wieder. Anruf nicht möglich. Ich kack ab. Hallo? Hallo? Anruf nicht möglich. Ich kack ab. Ist doch schön. Lass doch. Wieso kackst du dir ab? Ich gehe mal runter zu Mira. Ja, dann lass mich doch alleine. Sorry. Tschüss. 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 Musik. 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 Ende! Hier habe ich jetzt mal komplett abgekackt. Ne zwei, juhu. Da fehlen noch 33 Felder. Aber wie gesagt, nach dieser Runde ist dann auch erst mal vorbei. Hat die Person jetzt mich getötet? Die Person war eine Sekunde schneller. Hups, wo kam der jetzt her? Die Person wollte mich töten. Was passiert eigentlich, wenn hier alle friedlich bleiben würden? Ja, wie kannst du die so gut treffen? Die cheaten hier alle. Eindeutig. Ach, das ist... Ach, das ist... Das hat noch niemals zum Ziel geschafft. Doch, bitte nicht hat's geschafft. Sogar neun Felder übers Spiel. Na gut, dann würde ich immer sagen... Oh, was hab ich im Auge. Das war's dann jetzt mit Minecraft. Eventuell kommt heute noch was. Ich weiß jetzt noch nicht. Müsste ich mal schauen. Auf jeden Fall, Euch erst mal noch einen schönen Abend. Und vielleicht bis später. Bis dann. Tschöö